Herzlich Willkommen in Japan! Äh, Japan? Nein, natürlich in Düsseldorf. Aber heute geht's mal ins Haus der japanischen Kultur. Viel Spaß! Oh, es ist schön! Hier ist es glatt auf dem Boden. Wir haben natürlich schöne Socken an. Hey, es ist cool! Ich zeig's euch mal einen Moment. Ja, das geht jetzt so. So und so. So und so. Also Leute, der Garten hier ist der absolute Hammer und jeder, der mal in Düsseldorf weilt, sollte mal beim Eko-Haus vorbeischauen. Und schwupp sind wir im nächsten japanischen Garten. Ach, wo wir schon mal dabei sind, gehen wir gleich noch in den Nordpark, denn da soll auch ein sehr schönes japanischer Garten sein. Untertitelung. BR 2018 So Leute, wir haben jetzt auch den japanischen Garten im Nordpark in Düsseldorf begutachtet. Auch der ist fabelhaft. Also schaut ruhig mal vorbei. Ich sage für heute. Ciao, ciao. So Leute, wir haben jetzt auch die Garten im Nordpark.